Hey, Kinder, was geht denn bei euch ab? Wundert euch nicht, oh nein, das zwei... Wundert euch nicht über meine Stimme, ich bin krank. Aber nichtsdestotrotz muss ich einfach jetzt mal wieder ein gutes Spiel abliefern. Ihr werdet es nicht fassen. Ihr werdet es nicht fassen. Die letzten vier Spiele. Ey, die ersten zwei davon waren so schlecht, dass mich die Leute angeschrien haben und mich kicken wollten. Ja, ohne Witz. Ich hab mir natürlich dabei angekollt, weil ich's geil finde, wenn mich jemand anschreit. Und die letzten zwei davon... Eins mit zwei Mates, Korn und Blee, hallo. Ey, die Blamage meines Lebens. Ich habe null Kills gehabt. Nach 25 Runden oder was weiß ich. Also, es war jetzt keine Schlender-Lews, die wir da eingefahren haben. Also, nicht 15-0 und dann 1-0, bumm. Wir haben bestimmt 24-25 Runden gespielt. Ich hatte null Kills. Und, was weiß ich, vier Assists oder fünf. Aber null Kills. Wisst ihr, wie wenig ist es? Das ist sehr wenig. Und wisst ihr, wie scheiße das ist? Das ist so wie Scheiße mit Scheiße obendrauf. Mit so einem kleinen Klumpen obendrauf. Also, wie ein Haufen Scheiße. Nichtsdestotrotz, schaut mal hier die Auflösung. Wir haben da einiges gemacht. Gestern Abend noch. Und ich bin leider auch in Rang gestiegen. In der Sache. Wir haben so, ich habe so Streaming ein bisschen versucht. Mit dem Kollegen, mit Blee. Vielen Dank. Blee, nochmal an dich, gell? Streamen so ein bisschen aufgebaut. Weil ich vielleicht heute Abend den Community-Abend einfach streamen möchte. Und dann haben wir halt ein bisschen gespielt noch. Und hier Einstellungen getestet. Einfach Grafikeinstellungen. Ihr seht, das ist jetzt alles nochmal ein bisschen fetter. Oh Gott, warum sind die AFK? Keine Ahnung, warum die AFK sind. Die Einstellungen sind jetzt noch ein bisschen besser. Obwohl ich da ganz leicht das Kartenflimmern da oben sehe. Was ist doch los? Blee, was ist doch los? Wisst ihr, die Kollegen wieder mit Ultra Global unterwegs und sowas. Und ich als kleiner Furz. Hab mich auch ganz gut dann geschlagen. Und plötzlich bin ich der Adler. Super, jetzt wird alles noch schwieriger. Vielen Dank. Okay, der Maid kommt von unten gerannt und räumt. Okay, man merkt direkt den Unterschied. Das, was wir gestern gespielt haben, das war so krass. Und hier kann man so richtig schön Punkte holen. Ich wollte am Anfang sogar noch sagen, wenn ich jetzt nicht mindestens 10 Punkte dem Spiel hole, hau ich mir ein Ei auf den Kopf. Aber, ja, du hast richtig verstanden. Ein Ei auf den Kopf. Und er, what, 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 what? Aber ich denke, ich schaffe 10 Kills, oder? Sonst muss ich mir ein Ei auf den Kopf hauen. Wow, guck mal, meine Smoke, wie... Wie geil die geflogen ist. Vorhin mit einem Ei abgeworfen, da kam auch kurz. Aber naja. Dieses andere Flimmern übrigens, was man sonst die ganze Zeit in den Videos sieht, ist, glaube ich, vom Renderprogramm. Weil ich habe sonst kein Flimmern. Ich habe jetzt das erste Mal dieses Flimmern wirklich im Spiel. Ich muss, bei meinem Renderprogramm, kann ich noch irgendwie so einen Anti-Interlaced-Filter oder sowas einstellen. Da muss ich mal gucken. Was, hier wollen wir gehen? Are you crazy? Go, go, Power Rangers. Vorsicht, lass mich mal durchgehen. Was? Oh Gott, ja, wir gehen B. Komm schnell. Fuck. Bisschen B, bisschen B. Ich bin mal ein bisschen für B. Fuck, und von B auch noch. Von Cutters. Ah. Das ist ja berüchtigte Männerschnupfen hier, ja? Hm. Schreckt euch nicht aus, sonst sterbt ihr. Also, wenn ihr Männer seid. Bei Frauen ist das nicht so tragisch. Aber jeder kennt's. Wenn man dann so ein bisschen rumkabbelt mit dem Fräulein, mit seinem Mädchen. Und sie aus Versehen irgendwie so tätschelt. So ein bisschen schlägt. Also jetzt nicht gewollt. Ihr wisst, was ich meine eben beim Spiel. Da geht's aber los. Aua. Oh, das tut aber so weh. What are you talking about? Oh nein, die Bombe, Männer. Da geht doch was schief. Komm, wir laufen weg und lassen die Bombe sich selbst legen. Ja, da bin ich dabei. Bin ich am Stissel. Scheiße, scheiße. Ja. Nice. Um Himmels Willen war das nice. Also nicht von mir, aber das ist die Runde jetzt vorbei. Ist mit LVP. Ich hab nicht mehr viel gemacht. Noch drei Kills. Dann hab ich meine zehn Kills. Muss mir kein Ei auf den Koffer hauen. Juhu. Ach ja, genau. Ich hab mal eine Frage an euch. Ich hab letztens sehr kurz. Wofür hab ich denn das gemacht? Ich hab kurz abends Race gespielt. Warum? Hab ich einfach so abends Race gespielt? Ich hab irgendwas wieder eingestellt gehabt. Dann hab ich was getestet, glaub ich. Egal. Ich dachte mir, ich mach vielleicht einmal die Woche abends Race. Also ein Video mit abends Race. Und ich muss es gewinnen. Wenn ich es nicht gewinne, muss ich mir Finger abschneiden oder so. Werd er da dabei? Ist das lustig? Oder sagt ihr, mhm. Oh mein Gott, was? Der zweite Schuss war klar daneben, aber der erste, weil der so weit verfehlt. Irgendwie ist unsere Bombe weg. Ich steh mit meiner Laterne. Go, go, Power Rangers. Die Ava hat noch 91 gefressen. Oh mein Gott. Wow. Nein. Hab das gesehen, wenn ich mich kratzen wollte. Mein vom Schnupfen gestresste Nase juckt. Wow. Er duckt sich und schießt dann. Auch interessant. Hab ich noch nie gemacht mit AWP. So springen, ducken und dann... Bedenkt bitte beim Stream, falls ihr jetzt die Rolle des Zuschauers einnehmt. Ich hab nur ne 16.000er Leitung. Ich hab gestern mit meinem Kollegen Blee alles soweit eingestellt, dass man es ruckelfrei gucken kann, dass die FPS stimmen und natürlich kann ich da keine hohe Bitrate einstellen. Ich hab glaube ich 1600 Leute. Unsere Bombe. Jetzt, wenn wir gerade so geil hier Mitte gehen, ist die Bombe nicht da. Wie kann das passieren? Nice. Habt ihr das gesehen? Wie geil so... Pah! Ey, das war herrlich. Wunderherrlich. So schnell kannst du... Er sagt... Er sagt dir in der letzten Sekunde... We can't force. I'm on a horse. Boah! War bis eben AFK. Hinter ihm. Oh Gott, hinter ihm. Er hat es nicht gehört. Da unten... Nein, nein, nein. Gott, was war denn da links neben mir für ne Scheiße? Warum spielt hier ein Mädchen mit, beziehungsweise sein Kind? Können sie jetzt bitte B kommen? Ihr Schweinebricht. Sag B. Sag B. Sag B. Lass doch jetzt das Kind in Ruhe. Es fängt doch gleich an zu weinen. Oh Gott. Oh! Oh! Ich dachte bei Anti regeln wir jetzt voll, aber... Hm. Hm. Na ja. Wir regeln gerade unsere Altersvorsorge, weil wir nämlich hart auf den Sack bekommen. Nice. Hätte er das nicht mehr geschafft? Echt? Bitte. Nein, nein, nein. Oh! Bump down mit. Oh Gott! Fuck. Fuck! Nein! Wo reint der denn hin? Hinten der Schuss mit der K. Ich dachte, der wäre jetzt hinten. Nein, was? Dieser Ficker war nicht geflasht. Der will mich echt verarschen. So eine Kacke. Ich dachte, alle geflasht. Geil. Vierer Kill. Quattrisch. Oh my God. A triple. Das ist die harte Pimmelung unseres Lebens hier. Ahaha. Shit. Immerhin habe ich elf Kills. So muss mir kein Ei auf den Kopf hauen. Alles Adler. Ähm, ja gut. Ich sage es mal so. Ciao.